Hey Leute, der El hier voll am Start, ich begrüße euch zu einem neues Video bei mir. Ich will euch nur mal da draußen sagen, was die Sache ist auf meinem Kanal, was los. Mach ich alles ein bisschen anders. Ich bin jetzt länger als ein Jahr YouTube und geht nix, weißt du. Ähm, muss jetzt anders werden, ich mach jetzt Minecraft und so, muss ich mir aber noch kaufen, verstehst du. Mach ich so COD mit so Comments, also mit drüber labern, so auf Build, weißt du, so auf Action, wie ich kleine Kinder so fertig mache, online so. Und mach ich Fifa, weißt du. Äh, Fifa hab ich aber jetzt bloß Fifa 93 auf Mega Drive und so was, weshalb hol ich mich denn aktuelle Ziele, wenn YouTube mal eine Rollte, wusste. Werde ich auch so vielleicht mal so mal überlegen, ob ich vielleicht mal so Einkaufsfonds, so, so mein Schuhs zeige, mal so zusammen und hier guckst du, guckst du hier oben links Bild. Ähm, hab ich eingeblendet, Alter und jetzt festhalten würde, ey, muss er euch geben, mach ich, mach Pranks. Habe ich auch schon eingemacht, weißt du, aber, hab ich schon mit Handy gefilmt, hab ich, hab ich kleine Finger im Mund gesteckt und bei Server dann ins Ohr, weißt du, gibt's nicht mehr die Aufnahme, weil der hat mich verpugelt und meine SD-Karte kaputt gemacht, ey. Wollte ich jetzt voll beefen mit ihm, weißt du, ey. Äh, na egal, wollte ich nur sagen, was jetzt denn so geht und so. Ähm, auch so stilmäßig ist halt so Richtung Abo-Dad und äh, Pipis, äh, Booty-Castler und so, weißt du, und hier so Michael Pablo und so, weißt du, äh, wisst ihr Bescheid, Leute, äh, boah, keine Angst, ey, bleib beschrieben, weißt du, äh, und denkt, warte, die Abo nicht vergessen, like nicht vergessen, man, WP's auch, Leute, ey, wisst ihr. Bis zum nächsten Mal.